so servus meine freunde und willkommen zu diesem infovideo zu später stund es ist lediglich ein kleines infovideo ihr werdet schon am titel sehen morgen wird ein livestream kommt von mir ich werde diese woche jeden tag bisschen streamen einfach so weil ich bock habe und das ein bisschen testen will und sowieso wenn ich streame kann ich die videos danach auf youtube laden von daher geht es auch sehr gut der stream wird morgen um 13 00 beginnen vielleicht ein paar kleinen pausen dazwischen der wird voraussichtlich bis um sieben gehen eventuell bisschen früher oder bisschen später um sieben bin ich dann weg dann ist champions league qualifikation im fernsehen und ich muss natürlich meinen geliebten fc basel seelisch unterstützung das spiel im fernsehen schauen und ja da wird morgen ordentlich gestreamt sechs stunden ordentliche zahl und die spiele werden dann natürlich auch einige davon auf youtube landen täglich natürlich nur ein let's play es würde mich freuen wenn einige morgen vorbeischauen würden ich sehe dir noch meine match history von heute das heimatinger chase und six spiel habe ich habe ich heute schon im stream gespielt beachtet nicht den score bei heimatinger ja und das ging ordentlich zuschauer waren natürlich nicht so fähig würde mich über ein paar mehr freuen morgen und ja der link zum stream wird natürlich in der beschreibung sein und morgen kurz vor 13 uhr oder wenn der stream online ist werde ich das video noch veröffentlichen das stream ist jetzt online damit es dann nicht falls es ein paar vergessen dass sie das dann wieder ins köpfchen kommt und ja macht vielleicht ein bisschen werbung für den stream erzählen freunden ein bisschen auf facebook oder so keine ahnung im lollen paar anschreiben würde mich sehr sehr freuen wenn ihr morgen dabei sein werdet und damit verabschiede ich mich für heute abend ich bin sehr müde ich alle fußballtraining heute muss noch duschen gehen um halb elf und ja wir sehen uns morgen dann in meinem live stream unter für die die nicht dabei sein können um 12 uhr wie immer das league of legends spiel einen wunderschönen abend noch tschüss